Ja, aber die Allianz von Firmen und Organisationen, die keine Reform wollen, ist sehr, sehr viel größer und wir brauchen viel mehr Unterstützung von den Mitgliedstaaten, von Organisationen in den 28 Mitgliedsländern, um uns zu vernetzen, zu größer zu werden, unsere Stimme lauter und lauter zu machen. Wir haben einen guten Anfang, aber wir haben noch sehr viel zu tun. Vielen Dank.